Warum ist es überhaupt so interessant, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen und auch in Kryptowährungen zu investieren? Und wie können diese Kryptowährungen doch so profitabel sein? So viele Leute, so viele Freunde erzählen dir davon, doch irgendwie hat nicht wirklich jemand mega viel Ahnung und du möchtest das Ganze selber auch einfach verstehen. Ich gebe dir heute dafür genau einfach ein bisschen Verständnis, einfach nur darum du verstehst, warum es so wichtig ist, sich jetzt hiermit zu beschäftigen, warum es allgemein Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Also pass auf jeden Fall gut auf und vergesst nicht, dem Video ein Like da zu lassen und dem Kanal zu folgen, wenn es dir gefällt. Ich freue mich jetzt auf dich, viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. Hier habe ich dir erstmal einen wunderschönen Graphen mitgebracht und dieser Graph ist ziemlich, ziemlich leicht zu verstehen, denn der nennt sich den Bitcoin Rainbow Price Chart Indikator. Letztendlich zeigt er den Bitcoin Preis in einem logarithmischen Skala an. Skala an, das heißt, wir haben hier zwischen dem 100 Dollar und 1000 Dollar und 10 und 100.000 Dollar gleich viel Abstand, obwohl ja eigentlich zwischen 10 und 100.000 deutlich mehr als zwischen 10 und 1000 und 1000 und 100 Dollar liegt. Aber wenn wir mal gucken, 100 mal die 10 sind 1000, 1000 mal die 10 sind 10.000, das mal die 10 sind 100.000. Das ist ein logarithmischer Chart. Würden wir den Bitcoin nicht auf einem logarithmischen Chart haben, würde das aussehen wie bei Ethereum hier. Wir hatten eine riesige Hochs, wo wir aber gar nicht sehen können, wie riesig der Bitcoin doch hier gewachsen ist oder Ethereum hier schon wieder. Und naja, stell dir mal vor, das Ding geht jetzt hier hin. Ja, dann ist dieses Ding hier genauso klein wie das hier. Aber wie kann das denn überhaupt sein, dass überhaupt etwas regelmäßig immer wieder so extrem steigt? Dafür gebe ich dir jetzt ein Verständnis, denn das hat hiermit auf jeden Fall schon mal was zu tun. Also, dafür müssen wir überhaupt erstmal verstehen, was gibt es denn für Währungen und warum gibt es den Bitcoin? Beziehungsweise, was macht den Bitcoin den Kryptomarkt und die Währung, die hier hinter steckt oder dieses digitale programmierbare Geld so besonders? Nun ja, eigentlich können wir den Chart hier noch einmal kurz wegnehmen und ich erzähle es dir so. Also, wenn wir uns die normalen Währungen, die wir so kennen, angucken, dann stellen wir eines fest. Und zwar, dass egal welche Fiat-Währung du nimmst, sei es der Dollar, der Euro, der chinesische Yuan oder wie auch immer die Dinger heißen, die werden nicht mehr wert, die werden eher weniger wert. So, vielleicht die eine Währung gegenüber dem anderen, aber nimmt man irgendwelche anderen Assets wie Gold, Immobilien, irgendwelche Sammlerobjekte oder aber zum Beispiel Aktien, dann hat man meistens gewonnen gegenüber dem Euro, gegenüber dem Dollar, wenn man einfach eine Aktie, eine Immobilie oder irgendwie was anderes gekauft hätte, was knapp und selten ist, was nicht unendlich gedruckt werden kann, denn das ist das Problem bei dem Geld, bei der allgemeinen Geldnänge, bei den allgemeinen Währungen, dass wir ein System haben, was zum Scheitern verurteilt ist. Henry Ford hat damals immer schön gesagt, wenn die Menschen einmal nur verstehen, wie das System, das Geldsystem funktioniert, dann hätten wir noch morgen eine riesige Rebellion, weil die Leute auf einmal checken und verstehen würde, dass das ganze Ding einfach so nicht klappen kann. Und genau deswegen kam dann 2008, 2009 bei der Wirtschaftskrise, die wir wahrscheinlich alle noch gut im Kopf haben, alle, die ein bisschen was älter sind, ich selber war da acht bzw. neun Jahre alt, also ich habe es nicht wirklich mitbekommen, ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber was ich mittlerweile weiß, man soll sich ja mal schlau machen, was ist damals passiert? Ja, was ist damals passiert? Die Wirtschaft hat extremst gelitten. Warum? Weil ein paar wenige oben einen Fehler gemacht haben. Es gab eine riesige Kredit, eine riesige Immobilienblase, die geplatzt ist, weil die Leute immer mehr Kredite genommen haben und dieses Geldsystem immer künstlicher, immer mehr aufgepumpt wurde. So, letztendlich konnten die Leute den Kredit nicht mehr zahlen. Dadurch, dass die Leute den Kredit nicht mehr zahlen konnten, konnten die Banken, also viele Leute nicht mehr zahlen konnten, konnten die kleinen Banken, die großen Banken nicht zahlen, die großen Banken, die noch größeren Banken. Und das Ganze war ein Domino-Effekt, der letztendlich komplett durch die ganze Wirtschaft gegangen ist. So fiel alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und was hatte damals Satoshi Nakamoto 2008, 2009 ins Leben gerufen? Es war der Bitcoin. Der Bitcoin ist eigentlich eine Währung, also digital programmierbares Geld. Nur der Bitcoin ist irgendwie doch nicht so eine Währung geworden. Letztendlich ist der Bitcoin aber ein ziemlich cooles Ding. Warum ist der Bitcoin ein ziemlich cooles Ding? Weil wir beim Bitcoin im Gegensatz zu Währung, ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie viel Geld gedruckt wurde, how much money was printed during Covid. Hier sehen wir einmal eine sehr, 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 sehr schöne Grafik, wie viel Geld doch gedruckt wurde, sobald ihr sie gefunden habt, um euch einfach mal ein Verständnis zu geben, wie viel wir doch hier mehr an Geld auf einmal am Markt haben und wie das doch vielleicht auch Auswirkungen auf dich haben kann. Also hier sehen wir von der FED, beziehungsweise of the Federal Reserve System Board of Governance, hier wie viele Milliarden Dollar im Umlauf waren und dann auf einmal 2020, haben sie den Drucker angeschwissen und haben, wenn man das mal Ganze so sehen möchte, haben also aus einem Dollar, ein Dollar gibt es jetzt nicht mehr, sondern wir machen einfach mal die vierfache Menge an Dollar innerhalb von einem zwei Monaten und haben einfach mal die Menge an Geld, die auf dem Markt ist, vervierfacht. Was irgendwie krass ist, denn die können mehr Geld drucken, als du überhaupt verdienen kannst, also bist du in einem Spiel, in einer Spirale drin, die eigentlich nur nach unten gehen kann. Denn so viel wie die drucken, so viel wie die Inflation geht, ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Gehalt nicht so stark auch steigt. Das wäre schön, das ist aber leider nicht der Fall. Denn wie viele Leute kenne ich, die sich beschweren über teurere Preise beim Sprit? Die hoffen darauf, dass die Preise wieder runtergehen, aber sind wir doch mal ehrlich, die Preise vom Sprit gehen nicht runter. Auch die Preise von einer Gurke alleine. Die Gurke hat sich in den letzten Jahrzehnten, sagen wir in den letzten fünf Jahren oder drei Jahren, vom Preis her versiebenfacht. Man zahlt für eine Salatgurke mittlerweile so viel, dass hätte man vor vier, fünf Jahren gesagt, du spinnst doch, ich gebe doch keine zwei Euro für eine Salatgurke aus. Das sind doch Abzockerpreise. Beziehungsweise, das muss ja dann fünfmal Bio sein. Woher kommen die Preise denn, solche Mondpreise? Und das ist genau eben das Interessante hier, dass wir solche Sachen gar nicht mehr realisieren, oder viele zumindest, weil wir es einfach akzeptieren. Aber wir müssen solche Geschichten halt eben hinterfragen und uns denken, einfacher Dreisatz, wie kann ich dieser Inflation entgehen? Wie kann ich diesen Steigerungen, dieser Entwertung des Geldes, weil ja immer mehr gedruckt wird, entgehen? Und mir Assets, also harte Assets, aneignen, die entgegen der Inflation mehr Wert, also entgegen des Geldes, des Dollars, des Euros, mehr Wert haben werden in Zukunft. Und dafür muss ich mir halt eben die richtigen Märkte auswählen. So, jetzt ist der Bitcoin, seitdem es den Bitcoin gibt, das am besten performtste Asset der Welt. Und das hat der Bitcoin nicht innerhalb von einem Jahr geschafft, dafür hat der Bitcoin neun Jahre gebraucht. Was aber interessant ist, um dir ein bisschen die Angst zu nehmen beim Bitcoin, ist, dass egal wann du in diesen letzten 15 Jahren investiert hättest, du innerhalb von dreieinhalb Jahren, höchstens vier, immer wieder, egal ob du irgendwann mal minus 30%, 40%, 50% unten warst, wieder im Plus warst innerhalb von vier Jahren. Und dass man jedes Mal, in jedem Zyklus, wenn wir hier zum Beispiel gucken, der Höchststandpunkt war 29, hier waren es 231, hier ist er auf 1.135, hier ist er auf 17.000, 19.000, 17.000 waren Euros. Hier sind wir auf Tatsache über 67.000 Dollar gegangen. Das heißt, selbst hättest du hier beim obersten Zeitpunkt eingekauft, auf 2.17.000 wärst du hier zumindest drei Jahre später, 21.000, 20.000, 20.000 circa, wieder ein Plus gewesen. Und das ist natürlich interessant. Denn der Bitcoin zeigt uns einen Markt, der nicht waagerecht verlauft, also eine gewisse, wie sagt man, eine Range hat, in der er sich bewegt, sondern der Bitcoin-Markt bewegt sich eher so, langfristig gesehen nach oben, weil der Bitcoin so programmiert wurde, dass der Bitcoin immer knapper wird. Alle vier Jahre, und das siehst du hier in diesen gestrichelten Linien, ist der Bitcoin programmiert worden, dass es weniger Bitcoins auf den Markt kommen. Und das, wie wir sehen, haben wir weniger Angebot, aber die gleiche Nachfrage erzeugt natürlich eine erhöhte Nachfrage. Also weniger Angebot, mehr Nachfrage, gleiche Nachfrage, gleich mehr Nachfrage, weil wir haben ja weniger Angebot. Und was heißt das für den Preis? Naja, der Preis wird steigen. Und das ist natürlich cool, denn das hat die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt auch schon sehr, sehr schön geklappt. Und da der Bitcoin hier einfach der Vorgänger ist, können wir uns da auch einfach mal am Bitcoin orientieren und einfach mal sagen, hey, hättest du damals in Bitcoin investiert, egal ob hier, hier oder hier, ja, dann hättest du dein Geld mal Minimum verzehnfacht. Und wo würdest du sonst dein Geld innerhalb von fünf Jahren verzehnfachen? Gibt es einfach nichts anderes. Natürlich hat diese hohe Möglichkeit zu steigen auch gewisse Preise, und zwar eine Volatilität. So wie die Preise hochgehen können, so können die Preise auch runtergehen. Nur haben wir hier, wie gesagt, einen Markt, der so geht, das heißt, dieser Markt wird vielleicht hochgehen und wieder runter, aber meistens wird der Markt, wie man hier schön sehen kann, wenn er dann runtergeht, sich in einem höheren Preis wieder finden, korrigieren nennt man das. Denn eine Korrektur ist immer wichtig, auch im Aktienmarkt. Und solange das ganze Ding keine Blase ist oder ein großer Betrug, wird eben dieser Preis vom Bitcoin, selbst der niedrigste Punkt hier, war fast so hoch wie das Euternheit damals. Also das meine ich, du hast immer wieder die Möglichkeit, günstig zu kaufen, und es wird auch immer wieder ein bisschen runtergehen, aber der Weg nach oben, es wird auch immer wieder schön sein. Warum? Weil dieser Markt von Emotionen, von Emotionen letztendlich geführt wird. Und wenn du hier mit Kopf investieren kannst, dann wirst du ein Gewinner sein. Denn letztendlich geht es natürlich darum, Millionär zu werden, aber es geht einfach darum, dass du mit dem Geld, was du hast, mehr machen kannst und dir mehr Freizeit, mehr Glück, mehr Begeisterung und mehr Leidenschaft kaufen kannst. Angenommen, du kannst von deinem Job 50% Zeit weniger, bei deinem Job 50% weniger Zeit verbringen. Du hast viel mehr Zeit und viel mehr Freizeit für die anderen schönen Dinge in deinem Leben. Jetzt möchte ich nicht jeden dazu bringen, 50% seines Jobs zu kündigen oder zu sagen, ich arbeite nur noch die Hälfte, denn du musst ja auch erstmal eine gewisse Grundlage schaffen und das schaffst du eben mit Investments am besten. Denn wenn wir uns nochmal zum Beispiel Ethereum angucken, Ethereum hat zum Beispiel einen Chart, Ethereum hat über 13.000x gemacht, seitdem es Ethereum gibt, das ist 2015. Dann hättest du aus einem Dollar 13.000 Dollar gemacht, was absolut unvorstellbar für die meisten wäre, aber hier in der Krypto-Szene tatsächlich machbar. Und ja, die Frage, die du dir jetzt natürlich wahrscheinlich stellst, ist, ja gut, aber was ist denn der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist einfach nur, dass die Leute eine Sache suchen, wo die Menschen ihr Geld investieren können, wo es fernab von der Regierung ist. Die Leute investieren in Gold, weil Gold unabhängig von Regierung, unabhängig von einem Staat an Wert gewinnt. Und so haben wir hier eben Sachen, Ethereum und Bitcoin zum Beispiel, einfach nur als größte, Ether und BTC, als größte Kryptowährung, die halt eben unabhängig von Regierung vom Wert her steigen können. Warum? Weil das Netzwerk, was dahinter steckt, von alleine läuft. Es nennt sich Dezentralität. Und diese Dezentralität, auf der wird in Zukunft vieles aufbauen. Wir werden höchstwahrscheinlich in Zukunft sogar Tokenisierung haben bei Immobilien, bei Autos, bei Grundstücken, bei teilweise vielleicht sogar Grundbüchern. Das gibt es heutzutage sogar schon. Oder bei einer Rolex, bei irgendwelchen teuren Sammlersachen und, 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 wo halt eben Besitzurkunden digitalisiert werden und wir diese Besitzurkunden digital über eine sogenannte Blockchain dann halt eben tauschen können, verkaufen können und alles frei handeln können. Weil wir schalten hier eine Sache aus und diese Sache, die wir ausschalten, das ist eben der Mittelsmann. Und ohne Mittelsmann bleibt auch viel mehr bei uns, was natürlich schön ist. Aber genau deswegen ist es natürlich so, dass die Banken eben hier auch gucken müssen, dass sie jetzt in den Bitcoin, in Ethereum und all diese Sachen reinkommen. Und deswegen haben wir diese sogenannten Bitcoin-Spot-ETFs, die aktuell extreme Schuflüsse hier in diesen Markt reinbringen. Denn wenn man mal sieht, was hier einfach passiert, dann ist das extremst brutal. Denn hier fließen Milliarden von Grayscale, vom Bitcoin hinein. Wir haben sogar jetzt letztendlich Hongkong-Bitcoin-Spot-ETF News. Also wir haben tatsächlich hier eine Bank in Hongkong, die einen handelnden Bitcoin-Spot-ETF hier bis Ende 2024 reinmachen möchten. Das heißt, wir sind jetzt hier in einem Punkt im Kryptomarkt, wo gerade schon die ganz, 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 ganz Großen auf den Bitcoin achten. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen und sollte auch dir eine gewisse Sicherheit geben. Denn ich sage es mal so, natürlich wäre es interessanter, zum Beispiel für den Bitcoin gewesen, für dich persönlich vor den Großen dabei zu sein. Aber es gibt ja noch andere Projekte. Und genau über diesen anderen Projekte kann ich, da kann ich dir helfen, dass ich dir diese zeige, die wirklich viel Potenzial haben, als würdest du den Bitcoin in den ersten neun Monaten kaufen, noch für ein paar Dollar und hättest noch die Möglichkeit, diesen Weg zu 69.000 Dollar mit hochzunehmen. Genau darum geht es hier, dass ich dir mit meinem Wissen, und zwar ich bin im Kryptomarkt seit über sieben Jahren schon unterwegs, ganz ehrlich einfach sagen kann, du, mein Lieber, da musst du drauf achten. Meine Liebe, da musst du drauf achten. Ich habe die und die Erfahrung gemacht und genau deswegen solltest du so handeln. Wenn Kryptowährungen für dich ein Thema sind, dann sind die und die und die Grundlagen wichtig. Wir lernen gemeinsam, wir sehen uns regelmäßig. Du kannst mir alle Fragen stellen, die du willst, denn ich werde dir letztendlich dabei helfen, hier klar zu kommen und das Geld, was du in die Hand nimmst, in Kryptoart zu vermehren und dir einfach so ein sichereres Standbein zu geben. Denn ich sage mal, wenn das ganze andere System explodiert, dann werden viele, viele, viele Leute auf Kryptowährungen zugreifen und dann bist du froh, dass du nicht all dein Geld bei einer Bank hast und dir denkst, oh, wir haben doch die Einlagensicherung, aber pappalapap, die Einlagensicherung ist für ein Biebs, denn die Einlagensicherung, selbst in Deutschland, ist keine Einlagensicherung. Kommt der Fall hart auf hart, wirst du kein Geld von deiner Bank bekommen. Das ist einfach so. Deswegen ist es wichtig, jetzt gerade einfach Vermögen, Geldwerte in anderen Assets zu platzieren, zu positionieren, in Märkten, die wachsen, damit man einfach einen gewissen Schritt von, einen gewissen Teil von einer Unabhängigkeit haben kann und sich eben frei bewegen kann. Denn so wie du dich frei bewegen möchtest, na, wäre es natürlich auch schön, wenn du Geld immer noch, wenn du dich frei bewegst, frei herum bewegen möchtest und nicht Deutschland sagt, du darfst dein Geld aber jetzt nicht mehr überweisen, so wie wir das schon kennen. Ab 10.000 Euro wird mittlerweile alles hier, ne, überhört und angeguckt und analysiert, aber ich sag mal, ey, was sollen die mir denn sagen, was ich mit meinen 10.000 machen möchte? Es ist doch mein Geld. Ne, das hat die BaFin, das hat das Finanzamt nicht zu interessieren, sondern wenn ich was wohin senden möchte, dann möchte ich auf den Knopf drücken und dann möchte ich, dass das auch so passiert und dass ich nicht erst mal drei Briefe ausfüllen müsste und die Bank mich anruft, Herr Petersen, Herr Petersen, möchten Sie wirklich diese 10.000 Euro dahin überweisen? Ja klar, ich hab doch auf den Knopf gedrückt. Und das ist halt eben das. Du hast die Kontrolle über das Geld, was du besitzt und du hast die Möglichkeit, daraus mehr zu machen. Du hast die Möglichkeit, dir ein passives Einkommen aufzubauen. Du hast die Möglichkeit, von einer Technologie, und ich könnte noch Stunden hier reden, von einer Technologie, die so jung ist wie das Internet, im Jahr 2001 zu profitieren. Und das ist das Brutale, denn es gibt diese großen Spieler nicht, wie zum Beispiel Apple, jetzt liegt mein iPhone da vor dir, ansonsten hätte ich dir eine Apfel gezeigt. Naja, aber auf jeden Fall Apple zum Beispiel oder halt eben andere Geschichten, Microsoft, Google, IBM und, 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 was es nicht alles gibt, Booking.com, das sind alles Platzsearche, es wird kein neues Booking.com geben, weil Booking.com einfach zu groß ist. Die können alles ratzfatz machen, was dich als neuer, innovativer Anbieter für Booking.com, Rivale, was du machst, na, das werden die innerhalb von zwei Wochen kopieren. Wenn du jetzt aber im Internet drinnen bist, vor 20, vor 23 Jahren und du investierst in die Projekte, weil du der Meinung bist, oh, das hört sich interessant an, und online Buchladen, hm, ist doch ganz cool. Wofür braucht man das denn? Man bestellt sich doch eh immer nur die Bücher, die man hat, oder man stöbert was im Internet rum. Konnte sich damals keiner vorstellen, aber hättest du damals einen Dollar in Amazon investiert, hättest du Tatsache über 70.000 Dollar, wenn du zum besten Zeitpunkt investiert, hättest mitnehmen können. Hättest du 2004, 2005 in Amazon investiert, hättest du immer noch das 169-fache jetzt gemacht mit dieser Investition. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie würde sich dein Leben verändern, wenn du die Möglichkeit hättest, oder wenn du das 10-fache 50, 20, 30, oder sagen wir nur das 5-fache von dem Geld hier am Ende rausholen kannst, was du in Kryptowährungen investierst. Ich bin mir sicher, dass es für viele Familien nicht nur eine schöne Zeit in einem schönen Urlaub wäre, sondern vielleicht die Möglichkeit, einfach in ein selbstbestimmteres, freieres Leben, und genau da würde ich dir bei helfen, genau da sollen Kryptos dir bei helfen, denn aktuell ist der Zeit, sich damit Zeit, oder der richtige Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen, und das auch noch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, aber wie sagt man so schön, wirst du das Ganze nicht heute anpacken, dann wirst du es auch nicht in einem Jahr, auch nicht in einem Monat, auch nicht in ein paar Wochen machen, sondern wenn du was ändern willst, dann mach es jetzt, dann mach dir die Gedanken, dann schreib dir auf, dann melde ich bei dir oder melde ich bei der Person, die dir gesagt hat, ey, das Video musst du gesehen haben, damit du endlich mal aufwachst, denn das ist doch leider der Fall bei vielen von uns, dass wir einfach in dieser Blase, in diesem Kasten, in dem wir wohnen, ja, in dem Kasten, in dem wir zur Arbeit fahren, in den Kasten, in dem wir arbeiten, in den Kasten, in dem wir reinschauen, um uns zu entertainen nach der Arbeit, weil wir nicht mal mehr die Kraft haben, uns überhaupt Gedanken zu machen, dass wir da einfach drinnen gefangen sind, in diesen Boxen, und genau da musst du daraus herauskommen, du musst einfach dein Leben in die Hand nehmen, du musst jetzt hier einfach mal eine Entscheidung treffen, und diese Entscheidung musst du nicht alleine treffen, sondern ich kann dir dabei helfen, oder eben auch andere Leute in deinem Umfeld, die sich bereits mit Kryptowährungen auskennen, denn, ja, Kryptowährungen haben das erstmal gezeigt, dass dumme Leute wirklich viel Geld verdienen können, und du nicht viel Wissen brauchst, um Geld zu machen, ja, denn jemand, der in einen Meme-Coin investiert hat, wie Shiba Inu, Shiba Inu hat 161.000x gemacht, das heißt, du hättest aus dem Dollar 161.000 Dollar rausholen können, das innerhalb von 300 Tagen, du brauchst nicht schlau sein, um hier Geld zu machen, du musst einfach nur dich trauen, und wissen, wie und welche Projekte, ein bisschen Verständnis mitbringen, aber das kriegen wir schon alles hin, und einfach Mut, also pack dein Mut zusammen, und pack dir ein bisschen Geld, hier jetzt jeden Monat, oder einmalig zumindest, auf die Seite, investiere das in Kryptos, guck dir auf meinem Kanal an, worüber ich sonst noch rede, und hab jetzt erstmal viel Spaß, danke dir fürs Zuschauen, es war mir eine Freude, ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben heute, und falls du noch mehr Lust, auf weitere Videos von mir hast, dann bleib auf jeden Fall dran, findest bestimmt ein paar Videos, hier gleich auf dem Bildschirm, oder rechts, ich glaube da, rechts auf dem Bildschirm, da werden ein paar Videos von mir, bestimmt vorgeschlagen, also scheue dich nicht, dich natürlich auch weit mehr zu melden, auf meiner Webseite zu gucken, meine Telegram Community zu kommen, wir helfen uns immer gegenseitig, ich helfe immer gerne Leuten hier, vor allen Dingen in diese Themen, reinzukommen, weil es mich einfach begeistert, weil ich mit meinen 23 Jahren sagen kann, ich habe es geschafft, ich bin frei, ich kann von überall arbeiten, ich kann mir all meine Träume erfüllen, auf die ich Lust habe, und das ist das Wichtigste, ich lebe mein Leben mit Begeisterung, Leidenschaft, und deswegen sitze ich auch hier, und mache diese Videos, und bringe dir gerne noch andere Impulse, damit du letztendlich den Mumm hast, hier auch endlich was zu bewegen, und nicht dein Leben erst mit 60 leben möchtest, oder mit 70 oder 80, ich weiß ja nicht wie alt du bist, sondern jetzt anfängst dein Leben zu genießen. In dem Sinne, hab eine wunderschöne Zeit, ich freue mich dich im nächsten Video zu sehen, und sag jetzt erstmal ciao, und danke fürs Zuschauen. Bye-bye.